Hallo? Kannst du mich hören? Hallo Kalle. Ja, schlägt deinen Arsch. Ich will euch von der heutigen Mission erzählen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und zwar möchte ich mit euch die Quota 3 erreichen. Das ist die erste Quota. Und warum das schwierig sein könnte, seht ihr gleich. Okay Kinder, wir starten! Kalle, die laufen einfach weg, Bro. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. So, die dann einfach so weglaufen. Steht hier, hört einfach. Irgendjemand ist einfach so ein Fiebertraum. Gab es schon einen krassen Abendsails oder so? Nö, nicht wirklich, aber die Motze. Genau, die zum Beispiel. Was ist los? Nichts, hier ist eine Pfanne. So, hier sind doch auch immer so Viecher oder so, oder nicht? Oh shit. Hello, ich sehe überhaupt nichts. Kannst du ein bisschen leiser reden? Nein. Oh shit. Was ist jetzt los? Radiation. Oh scheiße, komm schnell, wir müssen abhauen. Wo ist der Ausgang, Kalli? Kalli, komm dir raus! Hallo? War da. Ja, aber wir haben ein anderes Problem. Was denn? Ah, nein! What the fuck? Was ist denn jetzt los? Nein. Hallo? Was ist das? Was ist das passiert? Hä, wieso seid ihr jetzt auf mich zugegangen? Hab ich aufgegessen? Wir haben eine Zombieapokalypse so gesehen gemacht. Was können wir dagegen tun? Wollen wir dann einfach das Schild rausholen? Können wir die verprühen? ZITRONE! 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 I'm ready. What the fuck? Weg mit dir! Ey, jetzt nicht das Wort sagen. ZITRONE! ZITRONE! Hi! Oh nein! Oh mein Gott! Nein, zwei, eins. Das ist dumm! Raus! Weg mit euch! Boah, steht jetzt ne. Du bist so gefangen. Oh mein Gott! Ja. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dein, dein ist das dumm! Raus! Alter, wie du so, wie du so voll das Genick gebrochen gerade hier. Okay, let's go. Und diese Bühne, die ich weine, die ich weine. Wir dürfen nicht sterben, sonst ist alles weg. SIE! Wollen wir uns nochmal zum Schiff bringen? Ja, let's go. Wir brauchen jeden Euro genaue Lebenssignal von Sebastian Sterzig. Hebt er noch? Nö, er bewegt sich nicht mehr. Sterzig ist tot. Äh, lauf, 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 das ist ja nicht. Das ist Sterzig. Das ist Sterzig. Hä? Uns wurde gesagt, dass du kein... Das ist dein Arschloch. Ja, dann lassen wir doch rein, oder? Also ihr wolltet einfach so ohne mich fahren. Nein, wir haben den Taschenlamm geholt. Unterschätzt das mal nicht. Unterschätzt das mal nicht hier. Unterschätzt das mal nicht. Let's go. Sehr gut. Verbrechen. Ähm, ich glaube wir haben nicht genug, kann das sein? Ähm, Leute, ähm. Wir haben Kalle verloren. Kalle ist legit jetzt einfach. Wir haben Kalle zurückgelassen. Kalle, Kalle, was denn passiert? Ich frag so, ja, wollen wir nochmal rein? Alle so, ja. Ich spring runter. Ich guck, ich drehe mich so um und seh, wie das Schiff so wegfährt. Perfekt. Nächste Runde. Wir sind im Recall. Let's go. Let's fucking go, man. See! Oh! Twitch Pro! Ich kann nach oben zu sehen wegen den Dingern an der Decke. Boah, jetzt kommst du damit. Jetzt guck ich nur an die Decke. Ähm, wer bist du? Wer bist du? Identify yourself. Ich hab mir eingekackt. Ich hab mir eingekackt. Oh, hier ist ein Parcours. Du, 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 hör mir mal zu. Oh, yeah. Ja. Sehr schön, Kalle. Das ist mein Junge. Das ist mein Junge. Jetzt du, du. Komm, 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 Bruder. Sehr schön, sehr schön. Gut gesprungen. Willst du eine Pizza? Ob du eine Pizza willst? Ja. Hm. Ich glaub, die haben geschlossen. Okay. Ich hab Angst, ehrlich gesagt. Du schaffst es, Kalle. Komm. Oh, das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Na, verpiss dich. Hallo? Ja, 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 ich witzig. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Mach die Tür zu. Mach die Tür auf. Sackgasse. Einer muss sterben. Okay. Obst war nicht genug. Alles klar. Ciao. Ich mach's einfach anders. Ich sing einfach nur noch. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. And tonight's gonna be a good night. And tonight... Say what! AAAAAA! Haben wir verbraucht! Alles gut, alles gut! AAAAAA! Falco hat es gerade voll zerrissen. Er hat überhaupt nicht mit gerechnet. Schere, Stein, Papier, wer zuerst reingeht. Okay, go! AAAAAA! 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 Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oh mein Gott, ist das schon Mimic? Da steht schon drei Mimics! Ich bin tot! AAAAAA! 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 Ich lebe, alles gut! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh mein Gott, der kommt angegriffen! Scheiße, ich bin weg! Tschüss! Tschüss! Ciao! Wir kommen alle gemeinsam zum Schiff und überleben! Das ist ja crazy, my ass! Ciao! Ja, tschau. Ja, aber du hast es frei vorgeschlagen. Bist du ja tot? Nein, das war die Schucke. Ich glaube ja, er ist tot. Ich habe jetzt das Flugzeug losgeschickt. Oh! Ey, ihr Arschlöcher! Wieso ist denn das Flugzeug jetzt losgeflogen? Gute Frage, habt ihr nicht gewartet? Ne, haben wir nicht. Ach, die beiden haben gewartet. 100 hier und ich. Oh mein Gott. Ich habe mich eingeschissen. Oh, perfekt. Das ist ein Wahnsinnig, Kalle. Pass mal auf, pass mal auf. Weeeee! Das waren nur die coolen Kids. Pass auf, zack. Aboi getriggert. Boom, easy. Oha! Jungs, wir wollen die Quote, Asha! Oh Gott! Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Pass raus! Oh Gott! Das war echt keine lauf! Hast du irgendwas? Wollen wir jetzt noch was holen oder scheiß mehr drauf? Meine Leiter hat so Fistapo und Asha! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ohhhh nee! Wir kommen ganz viele Leute. Zitrone, Zitrone, Zitrone! Oh mein Gott! Oh scheiße! Lebst du? Ich bin oben, ja. Ich glaube Scherzig ist tot. Ja, ich bin dem mit. Nee, scheiß auf mich. Oh shit! Oh shit! Oh scheiße! Lass mich in Ruhe! Weichet von mir, ihr Schakale! Rubik's Cube! Und raus! Knur, wenn du noch da drin bist! Nein! Oh, was ist mir jetzt los? Ich kann euch allen verzeihen. Es war schön mit euch. Ja, es war schön! Lass uns alle twerken! Lass uns alle noch einmal twerken! Okay, tschau! Ja, es war schön! You are fired.